Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons am heutigen Tag zusammen mit der German Let's Play Zombey El Dorado. Hallo. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge haben wir es leider nicht geschafft, den Endboss zu besiegen. In der Zwischenzeit haben Zombey und Manuel weitergespielt und ihr seid welches Level? 140. 147. Ich bin weiterhin Kraftlevel 25 und Level 23. Ich hoffe, ihr macht das jetzt, Jungs. Ich habe viel Vertrauen in euch. Wir machen das für dich. Warte, ich habe noch ein Geschenk für dich. Guck mal. Was denn? Ich hole deinen besten Freund. Wen denn? Komm, Iggy. Ja, ja, ja. Alter. Ich habe noch was Besseres. Was denn? Zeig es. General Dieter hat angerufen und mir seinen Neffen vorbeigeschickt. Da ist er. Warte, ich erkläre das. Nein, lass ihn. Ich weiß zwar nicht, wie er heißt, aber es ist der Neffe. Wie krank ihr auch einfach alle ausseht. Mautado, hast du auch weitergespielt? Nee, ich bin Level 30. Ach so, ja, dann ist alles gut. So, ab auf den Obsidien-Gipfel. Das Schwierigste oder davor? Such sie aus. Das, ja, also, ja, mach einfach. Ja, ich mache es dann nicht auf super schwer. Weil ich würde es ganz gerne tatsächlich jetzt durchspielen. Kriegen wir ihn. Ich wurde auch hart geflamed, dass ich teilweise die Items... Nur kurz zur Info. Wir haben halt in einem Run alle gemeinsam gespielt. Ich hatte gar keine Ahnung von dem Game. Also, es ist nicht so, als hätte ich es jetzt großartig geändert. Und ich wäre jetzt der absolute Babo. Hier, Mängel und Zombie, die wissen, wo der Frosch die Locken hat. So, Jungs. Jetzt. Wir alle zusammen. Gegen den Edelton-Gipfel. Ihr macht das jetzt. Werde ich denn? Come on, hit it. Ah! Nee, geht. Nö, ist alles... Alles in Rüben bereit. Aber warte mal, eine Sache muss ich ihm zeigen. Guck mal, wie schnell ich werde. Warte? Ja. Ich brauche mal eben 100 Kills. Ja, aber ich auch. 100 Kills? 100 Kills. Nur 100, ja. Jetzt fahren wir vielleicht auch. Ich habe was richtig Geiles bekommen. Zack, Alter. Wir rushen jetzt hier durch. Wir machen das, Jungs. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Warte, warte. Ich muss ihm das zeigen, Zombie. Ich mach doch nichts. Ich muss ihm das zeigen, bitte. Ich muss ihm das zeigen, bitte. Oh, ja. Hier kann ich ein paar Kills verhauen. Warum bist du denn so absurd schweig? Alter. Einer ist tot. Einer ist tot. Du bist zu krass, Mängel. Du bist zu krass. Warte, ich helfe dir. Mängel, ich helfe dir. Nein! Nicht den... Och, Mann. Ja, schiss. Schade. Ich kann nicht aufhören. Alter, warum bist du so ab? Guck mal, wie schrecklich bin. Guck mal. Warum? Weil ich durch Kills Speed bekomme. Ja. Ich hole dich. Alter, wie OP bist du denn? Ja, jetzt verliere ich den Speed. Dann bleibe ich stehen. Oder schaffe ich es noch? Ach nein, ich wurde festgesetzt. Ja, aber ich mach das. Ich hab dich gerettet. Hallo, Mann. Oh, bist du schnell? Ja. Also, ich fühl mich dezent nutzlos. Aber es ist alles gut. Levelaufstieg. Alter, du kannst... Oh Gott, bitte verteidigt mich. Verteidigt mich. Jo, ja. Aber rein da. Oh, Paluten, wir haben auch Gegner getötet. Also, das ist so, Gott. Wir haben die beiden praktisch gerettet. Oh, nee. Ja, habt ihr doch. Ach so, ich hab eine super sinnvolle Sache in dem Video gesehen. Das wusste ich nicht. Und zwar hab ich eine Möglichkeit, gefunden, wie wir uns vor dem Strahl schützen können. Okay. Möchtest du das auch erzählen? Nee, das siehst du jetzt gleich. Ich hab da was. Sehr gut. Finde ich gut. Mag ich. Was war das für eine Form gerade? Äh, das ist so ein Geisterumhang. Damit kriegt man keinen Schaden für kurze Zeit und läuft schneller. Das sieht ja mega krass aus. Und, warte mal, ihr seid Level 140? Ja, ungefähr. Das Level, die Kraft, da sind wir 107. Das Maximum, mehr geht nicht, leider. Ach so, interessant. Eine Zahl, 107. Ja, ja. Darf die mir auch, als ich es gemerkt habe. Also, es gibt auch so 108er Gegenstände, aber die sind so selten, dass es keinen Spaß macht, die zu sammeln. Ja, ich hab zum Beispiel noch gar keinen. Und Zombie? Ich hab 200 8er Sachen. Ja, das war klar. Mach mir den Mauten. Also, den machen wir. Komm jetzt. Ja, easy. Easy, die Gegner sind so einfach, Alter. Ich geh rein da. Ich geh rein da. Ich hol jetzt. Ich aktivier's. Ja, ich hab's. Ich hab's. Du hast es. Okay, du hast es. Jetzt spring nicht. Eine ist schneller. Zack, Alter. Zack. Und das ist zeraktiviert. Guck mal, kann man die Lieblingsarmenbrust? Oh. Wow. Lauf. Das ist einfach so krank. Ja, ich kann ja auch schießen, Alter. Ja, ich hab's. Zack, ich hab's. Panele, ich zeig's dir. Pass auf. Das geschützt uns. Hui, das kennst du doch, oder? Ja, ja. Und das, das schützt uns vor dem Strahl. Nee, nee. Das macht keinen hier. Das ist einfach nur ein Schild. Den Laser ab, ja. Oh, das ist nice. Sind wir da? Nee, da ist der Wann. Oh, da ist der Wann. Oh, da ist der Wann. Oh, Hilfe. Alter, wie? Wo ist das? Habt ihr gerade gewonnen? Ja, ich hab ein Blitz reingemacht. Hast du gehauen? Ich kann sogar den Entwurs auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad one-hitten. Echt? Hast du getestet? Ja. Ihr seid echt einfach nur krank. Aber ich bin froh, euch Freunde nennen zu dürfen. Weil das bedeutet, dass ich jetzt, ihr seid so, weißt du, ich kann jetzt praktisch jeden Gegner hier im Spiel anmucken. Dann sag ich halt, Manuel und Zombie, bitte, macht den kaputt. Bitte einmal berühren. Ja, bitte genau. Bitte einmal Hand auflegen. Ihr seid aber auch, ihr seid immer prädestiniert für sowas. Oh, ich hab auch so Fäuste, mit denen ich ultra schnell boxen kann. Aber die Gegner haben nicht lange genug, dass ich schnell boxen kann. Oh, na toll. Ja, ich, da, ich werd wieder schneller. Ich spür's. Ja, ich auch. Oh, ich will auch. Na. Oh, jemand ist. Ja, ist egal. Ja. Schade. Der war sowieso nur ein Klotz am Bein. Wie ich, kein wichtiger Mensch. Nein, du stirbst. Du stirbst gerade. Palette, pass auf dich auf. Ja, ne, ich, ich kann nicht sterben. Ich bin zu krass. Oh Gott, du stirbst, halt dich bitte eh. Hey, bitte. Bitte. Nein! Nein! Du hast mich geschlagen. Los Morda, du rettet bei Looten. Ich gar nicht. Doch, du hast mich geschlagen. Du hast mich geopfert. Du hast einen Opferungszauber. Hab ich all-level-leum? Oh, oh ja. Seelenarmbrust. Aber die sind alle, die Items sind nicht so gut. Oh Gott, Vorsicht! Ja, TNT geil. Was denn? Wo? Dann kann die Seele. Ey, das ist so leer. Du kannst einfach im TNT drinstehen bleiben. Wo sind denn jetzt hier meine Belohnungen? Ja, nirgendwo. Gibt nix. Oh, okay. Die hat ja Illager. Na toll. Wie wir sehen gehen. Stimmt, Alter. Da haben wir jetzt so legendäre Super-Sachen. Ach ja. Ja gut, dann. Jetzt kann ich den Boxen. Ja. Ne. Wieder Level. Alter, ich mach gut Level heute hier. Ich bin Abenteurer-Lehrling jetzt. Was ist das? Weiß nicht. Das war ein Erfolg, den ich freigeschaltet habe. Oh, das ist jetzt unangenehm. Oh. Keine Sorge. Bam. Hab euch gerettet. Mein Held. Oh, noch einen Prüfer. Oh, warte. Jetzt hier. Wir sind jetzt schon wieder sieben Kilogen Atta. Zombie. Turbo, Zombie. Du musst den Tag schlafen. Du musst dich beeilen, Zombie. Aber keine Sorge. Ich hab mich mit der Ambrose hier. Ja, danke. Oh, ne Rüstung. Geil. Nice. Die, ne finstere sogar. Ja, ja. Hier, Palette Fang. Ja. Nein. Tja. Ausgewichen. Mit meiner Sprungfähigkeit. Oh, was ist denn gerade? Der Turm. Gleich sind wir da, Leute. Der Erdmanager. Ich seh ihn schon fast. Ich riech ihn. Ich kann ihn schon schmecken. Ja, ja, ich bin da. Ich bin da. Ich, ich. Ich aktiviere ihn. Ja, warte doch. Ja, ich, 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 ich. Okay, bin da. Ja, warte. Aber jetzt, jetzt kommen wir erst mal. Wir haben es mal mit dem Bekämpfen, Paluten. Und machen das Schutzschirm. Hast du das auch? Maudad und ich machen das hier. Keine Sorge. Da ist er. Da ist er. Den machen wir. Warte, einmal Blitz drauf. Oh, er ist weggegangen. Du machst Maudad und. Mann, du machst ja gar keinen Schaden. Dafür gibt es Opfer. Ich treffe, ich treffe nicht. Tja. Ja, er ist tot. Oh, ja, 7000 Schaden. Ja, da haben, guck, haben Maudad und ich gemacht. Ja. Mann, ihr habt auch nichts. Ich mach gar nichts mehr. Ich brauch das Schutzschild. Ja, komm her, komm her. Komm zu mir. Hier, ich beschleifte dich. Ich heb Maudad auch. Ja. Ja, sehr gut. Ja, guck dir das an, wie das einfach nicht durchgeht. Ja, ich, ich mach viel Schaden hier. Du, nichts, aber nein. Ich hab wieder aus Versehen. Berührst du, aber hier. Ist es so. Warte, da ist mein Blitz. Oh Gott, vorsichtig jetzt. Sanft. Oh Gott. Nein. Ich hab den Schlitzer. Er ist geplatzt. Level 19. Eine legendäre Armbrust. Fernkampfschaden, Wahrscheinlichkeit durchbohrende Bolzen abzufeuern. Wucht, Abprallen. Alter Schwede. Und ich hab wunderbarer Weizen. Was für wunderbarer Weizen. Ja, mach mal, mach mal. Ein Tier. Ah, hi. Na? Oh, er ist geplatzt. Hier ist überall Endersaft. Oh. Ich mach mein Endersaft. Ich mach mein Endermol. Hallo? Nein, da ist er. Es ist noch nicht vorbei. Warte, ich mach Blitz rein. Schlag ihn kaputt. Hau hin. Hallo, du redest mit ihm. Oh, warte, die Katze. Er hat die Kontrolle verloren. Oh Gott. Äh. Der Erz-Illager, der Feind der Dorfbewohner, wurde besiegt. Was? Jesus? Hä? Nein. Wir sind's. Ich bin der gar nicht. Ja, ich auch nicht. Wir sind die vier Dudes. Das ist echt so merkwürdig. Jetzt tanzen wir am Ende. Dank euch ist alles wieder gut. Jedenfalls vorerst. Oh nein, der Endersaft. Äh, er puzzelt. 3D-Puzzle. Lego, Alter. Ja, da leckt mich doch am Zuckerli. Oh, da waren wir nochmal. Ja. Jetzt geht's zurück ins Lager. Ja. Und durch. Jetzt kannst du halt theoretisch die Karte anklicken. Oh, was hab ich getan? Mit dem zweiten Schwierigkeitsgrad stellen. Mordano hat Gegenstände benutzt. Ich hab schön fünf Pfeiltränke geschlürft. Mendy hat 1,2 Millionen Schaden gemacht. Oh, er hat zwei Geschwindige Karte benutzt. Oh, auch nicht schlecht. Ja, aber ich bin schnell. So, dann. Jetzt hol ich mir aber mal meinen legendären Drop. Oh, ich mein, ich hab das Spiel durchgespielt. Da muss ja jetzt was richtig Geiles drin sein. Ja, klar. Blitzstab. Oh. Oh, den hab ich auch bekommen. Der Gegenstand wurde vom Geomanten der Illager angefertigt. Oh, Alter. Neue Schwierigkeitsabenteuer. Die Gegner sind schwer zu erledigen und teilen ordentlich aus. Neue Gegenstandsverzauberung. Die Prämien sind besser. Neue Ausrüstung. Alter Schwede. Wann mal hier. Und jetzt hier? Pallel, du willst da einmal nur ganz kurz auf OK drücken. Eine Sekunde. Was bringt denn das? Spaß. Richtig viel Spaß für dich. Richtig viel Spaß. Ich hab's eigentlich dran genommen. Lass mal Paluten vorlaufen, bitte. Okay, Paluten muss einen Gegner töten. Ist es jetzt so ein Mobbingkreis? Ne, ne, ne. Ich glaub, jetzt ist es ganz schwer und jetzt demütigen die uns. Lass mal vor. Hallo, Manuel, hattest du ausgesucht? Ne, ich war das nicht. Oh, komm, da kommt einer. Ist jetzt nochmal das letzte Level, oder was? Wie beschützt... Oh. Was ist das denn jetzt? Da wurde der Kasschen getötet. Ja, komm, Alter. Bam, Alter. Das schaffst du da. Das schaffst du dich gar nicht. Ja, toll. Alter, es geschafft. So, und jetzt direkt der nächste. Oh nein, jetzt wird der... Übermütig. Ich bin da. Nein, ja, ich hol dich. Punch, 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 punch. Und jetzt weiter. Oh, ich brauche hier Unterstützung. Ich brauche auch Unterstützung. Ich bin wieder da. Warum stirbst du denn? Ja, weil das so schwer ist für mich. Punch, 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 punch. Ich muss boxen. Heilig doch mal. Hier wollte ich nicht hin. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder im Lager. Hab ich euch alle gezogen? Ja. Ach so, nice. Gut. Meine Damen und Herren, ich würde mal spontan sagen, das war es mit diesem kleinen Let's Play von Minecraft Dungeons. Falls ihr noch ein bisschen High-End-Content sehen wollt, dann schaut gerne bei Zombey vorbei. Bei dem ist wahrscheinlich schon seit ein paar Tagen ein Video online. Was hast du da genau gemacht, Zombey? Den Endboss gewonnen hittet. Oh, wow. Ich hole mir noch kurz was beim... Du meinst so wie eben. Ja, aber auf dem höchsten Schwierigkeiten jetzt gerade. Oh, ich hatte nochmal einen langen Bogen. Langen Bogen. Eine Armbrust. Ich komme jetzt nochmal schnell alles raus. Ja, Seelenarmbrust. Was ist das für ein... Er gambelt. Ein Großhammer. Ist aber auch nicht. Seelenarmbrust. Also, ich fühle mich hier einfach nur... Wo ist denn hier mal was Legendäres? Ja, warte, warte. Ich kann nicht so was Legendärem für ein paar Looten. Wieso? Was denn? Wir haben jetzt durchgespielt. Komm mit. Komm mit. Hier ist jetzt ein neuer Weg offen, weil wir durchgespielt haben. Wow. Hallo, Edgar. Wir haben jetzt vom Illager diese Jumpy-Dinger geklaut. Ui. Uuuu. So, hier ist ein Neta-Portal, aber das geht noch nicht. Eine Kiste, oder? Ist die da vielleicht? Ja, ne, ne, ne. Das meine ich aber nicht. Hier hinter dem Baum kann man da hochlaufen. Oh. Dann kann man... Ja, genau. Da, wo Manu langläuft. Hier. Da muss man rüberrollen. Über die Schlucht. Oh, eine Kiste für mich. Ja, genau. Oh, ich bin runtergefallen. Hat Manu schon wieder die Kiste geöffnet? Ja, ich hab hier was. Oh, namenlose Klingel. Ja, natürlich. Junge, Manu. Ich hab zwei Tage nicht gespielt. Hier ist ne Kiste. Oh ja, ach so. Geht Manu geöffnet. Alter, die namenlosen... Oh, krass. Schwächgegnerangriffe, zuverlässige Kombo. Oh, wieder mit Blutegel. Oh, das ist geil. Wie gesagt, Leute, das war's. Lasst ein Like. Und da kommt rein. Tschüss. Tschüss.